Sicher fragen Sie sich jetzt, was das 2005 eingeweihte Gebäude der Akademie der Künste mit seiner modernen Glasfassade mit der Geschichte des Dritten Reichs in Berlin zu tun hat. Auf dem Foto sehen Sie den Vorgängerbau, das Arnim'sche Palais. In der Weimarer Republik hatte die bereits dort ansässige Akademie einen enormen Aufschwung erlebt. Künstler wie Lovis Korinth, Georg Kolbe und Käthe Kollwitz sorgten unter Präsident Max Liebermann für Renommee. Damit war nach der Reichstagswahl im März 1933 Schluss. 40 Mitglieder, darunter Heinrich und Thomas Mann, wurden zum Austritt genötigt oder ausgeschlossen. 1937 musste die von den Nationalsozialisten wenig geschätzte Akademie das Gebäude sogar komplett an den Generalbauinspektor abtreten, der darin seinen Dienstsitz einrichtete. Speer begründete die Ortswahl damit, dass Hitler schnell und unbehelligt durch die Öffentlichkeit zu Fuß von der Reichskanzlei durch die Ministergärten ins Palais gelangen könne. In den Ausstellungsräumen im Erdgeschoss wurden die Modelle und Pläne für den Umbau Berlins zur Welthauptstadt für Hitlers Visiten aufgebaut. Bereits 1931 war der junge Architekt in die NSDAP eingetreten und wurde 1932 aus dem Umkreis von Goebbels mit kleineren Aufträgen bedacht. Ab 1933 machte er sich bei Hitler einen Namen als Propagandachoreograf für die Ausstattung der Aufmärsche zum 1. Mai und der Reichsparteitage mit temporären Tribünenbauten, Fahnenschmuck und Lichtinszenierungen. Bald gehörte er zu Hitlers engstem Umkreis und avancierte zum Architekten des Führers. So bekam er 1936 von diesem den Auftrag, erste Entwürfe für eine radikale Umgestaltung Berlins auszuarbeiten, die wir heute unter dem Schlagwort Germania diskutieren. Mit einem Führererlass, der symbolträchtig am 30. Januar 1937, dem Jahrestag der Machtübernahme, erteilt wurde, setzte Hitler Speer als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt ein. Seither verfügte er über ministerähnliche Kompetenzen, die er machtbewusst ausbaute. So konnte der GBI Maßnahmen und Anordnungen treffen, die ein einheitliches Berliner Stadtbild garantieren sollten. Weiterhin erklärte man rund die Hälfte der Stadtfläche zu sogenannten Interessensgebieten. Dort standen der Institution unter anderem Vetorechte bezüglich sämtlicher Bauten, Straßen und Parkanlagen zu. Nicht nur private Bauherren, sondern auch die Behörden des Reichs, des Landes Preußen und der Reichshauptstadt hatten sich dem GBI unterzuordnen. Dies führte zu Konflikten mit der Berliner Stadtverwaltung. Als sich im Juli 1940 der in der NSDAP bestens vernetzte Oberbürgermeister Julius Lippert weigerte, vom GBI einseitige Weisungen entgegenzunehmen, setzte Speer seine sofortige Entlassung durch. Der GBI bereitete den Abriss ganzer Stadtviertel vor, um die beiden großen Achsenprojekte durchs Stadtbild zu schlagen. 53.000 Wohnungen, bewohnt von 150.000 Menschen, sollten niedergelegt werden. Die in Berlin permanente Wohnungsnot erfuhr hierdurch eine Verschärfung. Karl-Maria Hedlage, Speers Spezialist in Verwaltungsfragen, erarbeitete eine infame Lösung. Juden wurden in einer Kartei registriert, aus ihren Wohnungen vertrieben und diese schließlich sogenannten Volksgenossen, die von Zwangsumsiedlungen betroffen waren, als Ersatz angeboten. Mit Hilfe dieser Kartei entstanden später Deportationslisten der Gestapo, die zur Verschleppung der Berliner Juden in die Vernichtungslager genutzt wurden. Der GBI war im Krieg auch verantwortlich für die Planung, Genehmigung und den Bau von ca. 3000 Zwangsarbeiterlagern im Großraum Berlin. 70 Lager wurden in Eigenregie betrieben. Noch bevor Speer 1942 Reichsminister für Bewaffnung und Munition wurde, zeigte sein Handeln die unheilvolle Verquickung mit der Raubmordlogik des Nationalsozialismus. Dies verdeutlicht seine Verlogenheit, wenn er sich als unpolitischen Technokraten und fehlgeleiteten Idealisten darstellte. Diese Strategie hatte er während des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses 1945-46 entwickelt und entging damit der Todesstrafe. Auch in seiner Autobiografie, die nach Verbüßung seiner 20-jährigen Haftstrafe erst 1969 erschien, blieb er dieser Lebenslüge treu. Untertitelung des ZDF, 2020